Mama! Mama! Papa! Was soll ich denn mit? Die Universitätsstunde. Oh ja! Und extra die Wagen. Ja. Die bleiben wohl auch stehen. Wie cool! Das bleibt auch so ständig mal stehen. Die Bahn bleibt anschließend stehen. Na, kommt mal runter! Und eine Gondel ist, die hat auch in der Mitte ein Glas. Ein Glas. Wohl und unter. Wohl und unter. Warte. Wie heißt die? Mama, die Herzensgondel hat das. Mama, die Herzensgondel hat das. Aha. Echt? Mhm. Ah ja. Ja. Die sind voll schnell und die sind voll langsam. Hm? Da runter gehts ja meistens schneller, ne? Mhm. Wackelt sich. Ja. 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 Ja, das ist ja schon Spaß dann. Ja, ja. Ja, der hat nicht viel verhindert. Ja, das ist ja so. Jetzt haben wir in den Sinn, in den Sinn, rein. Weil da ging so viel Wind, der konnte die Stommen auch einzigunkeln. Schauen wir mal, weil das so gut ist, wo die alte Blöcke, die Blöcke, die Blöcke, die Blöcke, die sind als mehreren Wurz und sowas, die haben da wieder bestellt, dass man mit dann ein Schiff geschaut, dann soll jetzt mal die Blöcke. Ist das gut nicht? Nein. Bin ich ja gut. Das ist 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 gut. Aber ich verstehe nicht, wer sowas ist. Eine Tonne vielleicht. Moment, da steht es noch. 2800 Kilo. 2 Tone und 800 Kilo. Sehr gut. Ne, 800 Kilo macht 8 Kilo. 2,8 Tonnen. Ja, da ist die Spät, sie ist Wanderfuhr. Das ist ein Schiff. Was ist die Mitte? Ich muss die Mitte einstecken. Nein, das ist wirklich nicht. Ich bin jetzt nicht da. Warum sind sie hier? Ja, um dies sozial nicht durchschämt. Um zu stabilisieren. Ist jedes Jahr ein Bundeslager? Ja, jedes Jahr so. Letztes Jahr war in Schwerino noch zwei Jahre. Es war erst der Samstag. Ich glaube, zwei Jahre. Da haben Sie doch das Schwerino-Schloss. Sie waren doch sehr optimistisch. Da haben Sie doch dieses Schwerino-Schloss umgebaut. Das ist nicht möglich. Und dann in die Eisreifern. Ja. Nachts. Ist das besonders schön, wenn er noch so erloscht ist. Bei Kuppeln an sich ja jetzt nicht sehr groß ist. Sie sind in den Standenlichtern. Das schluttert hier. Und zwar ist der Mahnung, der Schwerino-Schloss. Der ganze Teil von dieser Kleinkästen. Der Schwerino-Schloss. Da drückt man dazu. Wo ist das Krankenhaus? Ich glaube, dem muss es ja gut sein. Doch. Es wäre gut, wenn nicht das noch warm war. Die ersten Eier erstellt man, das zeigt nicht, wer hat die Worte, aber wer weiß, dass es nicht mehr ist, das ist gut, woher geht es gut. Dann kommen wir nicht raus. Tag, ja, 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 ja. Okay. 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 Hey, hey. Das war's. Jetzt. Und jetzt oder nachher? Jetzt. Ach so. Dann müssen wir die Händerschen halten. Ja. Ich muss ja über die Süden gehen. Raus eigentlich was Problem ist? Also Rüstung, Raus. Ach ja, das stimmt. Das ist ja auch so. Guck mal, das ist leer. Das kann man nicht mehr sehen. Ja, aber kann das machen. Was war denn, was ist das denn? Neu so. Neu so. Neu so. Hier, wenn da oben dann einschütteln. Hier, wenn da oben dann einschütteln. Hier, wenn da oben dann einschütteln. Ach so, das schläft gar nicht mehr. Da muss die irgendwo runter. Ja, aber ich war da im Shuttlebus. Ach so. Ach so. Ich weiß auch nicht mehr. Da kann es aber im Shuttlebus fahren. Die fahren bis halb neun. Halb neun. Also am Schloss halb neun, die letzte oben drauf. Ach so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020